Hallo und herzlich willkommen zurück zu Beyond Earth Rising Tide. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. So, unser Bautrupp hier steht und wartet auf einen Auftrag. Der sollte ja bei den Eiern eigentlich einen Gewässergrund bauen. Und den hat er, den hat er fertig. Ja gut, okay, dann das nächste Feld. Und hier bauen wir eine, hm, hier bauen wir mal eine Farm. Und dann gucken wir mal weiter, was hier oben noch so ist. Oh, ja, jetzt wissen wir es. Jetzt wissen wir, was da oben alles ist. Und wir haben eine Übertragung. Ja, ist in Ordnung, solange wir keinen Krieg gegen die führen. Aber dann wäre das eh nicht aktiv. Äh, machen wir. Und da müssen wir mal wieder ein bisschen Abstand gewinnen. Ah, da haben wir eine Kapsel. Aber wir haben keinen, wir haben keinen Erkunder mehr. Bringt uns also herzlich wenig derzeit. Wir schauen weiter landeinwärts. 13 negative Gesundheit haben wir derzeit. Das geht ordentlich an die, an die Entwicklung. Wir haben 26% weniger Wachstum in den Städten. Und 3% Wissenschaft ist jetzt nicht so viel. Und Kultur, 8%. Das geht noch. Ah, die Brasilianer. Reinaldo de Alenca möchte gerne mit uns kooperieren. Wir genießen bei ihm einen relativ hohen Respekt. Naja, so im Mittelfeld. Und er hat keine Angst vor uns. Das heißt, dass unsere Stärke im Vergleich zu ihm scheinbar nicht so gut aufgestellt ist. Ähm, aber wir machen das. Auf jeden Fall. Wir kooperieren. Ich habe lieber Frieden im Moment, weil ich möchte gerne erstmal jetzt einen Überblick darüber haben, wie es hier weitergeht. Gucken, was wir auf dem Kontinent da unten noch machen können. Äh, das Nest, das werde ich mal eben plündern. Weil ich habe den Eindruck, dass da diese ganzen Viecher rausgespawnt sind. Und ich mogel mich mal hier durch. Da werden wir uns wohl durchschießen müssen. Ziehen wir den Kreuzer mal dahin. Kreuzer heißt das Ding ja gar nicht mehr. Aber wir ziehen ihn auf jeden Fall dahin. Und, äh, ja. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Äh, mal was für unsere Stadt wieder. Die Genschmelze bauen wir jetzt. Die... Ne, halt. Die Genschmelze war doch ein Wunder, nicht wahr? Ne, es war kein Wunder. Dann bauen wir sie. Dauert zwölf Runden. Und in Fjaran bauen wir dann eine Klonfabrik für mehr Gesundheit. Da müssen wir im Moment wieder alles nehmen, was wir kriegen können. Und ich glaube, wir müssen uns auf den Krieg einstellen mit Vadim Kostlauf. Da kriegen wir immer wieder die Meldung, dass sich die Beziehung so stark verschlechtert. Da werden wir also wohl nicht drum herum kommen. Ja, hat sich gut geschlagen, unser Schiff da oben. Können wir auch direkt befördern. Hat kaum Schaden genommen. Man muss auch sagen, dass unsere Einheiten inzwischen so mächtig sind, dass Aliens wirklich kein Problem mehr darstellen. Hier haben wir schon die Küste erreicht. Da unten ist wieder mal so ein Makara. So ein Riesen-Makara. Wo die wohl immer herkommen? Hier, da haben wir schon mal irgendwo ein Nest übersehen. Ich glaube, da müssen wir doch nochmal nachschauen. Und wir stehen jetzt hier auf den Fasern. Genau. Und die Fasern wollte ich gerne abbauen mit einer Plantage. Und die Plantage ist gebaut. So, jetzt haben wir es wieder. Die Plantage ist gebaut. Dann schauen wir mal, was wir als nächstes modernisieren. Wir könnten hier unten mal eine Farm hinbauen. Oder da oben das Miasma entfernen. Entfernen wir mal das Miasma. Und in Weisheit. In Weisheit. Müssen wir eigentlich auch mal ein bisschen Miasma entfernen. Wir bauen mal noch einen einen Bautrop. Damit wir hier ein bisschen schneller vorwärts kommen wieder. Und hier in Stunimir. In Stunimir. Eigentlich gerne noch was gegen Zerstärkung der Stadt. Aber da haben wir nicht wirklich mehr was. Dann bauen wir hier noch die Reliquie. Die fehlt nämlich. Und wir haben eine Questentscheidung. Das Alienreservat ist sehr beliebt in der Kolonie. Es hat unsere Künstler inspiriert und der Öffentlichkeit geholfen, sich an unsere neue Heimat zu gewöhnen. Es ist sogar so beliebt, dass uns schon Anfragen vorliegen, das Reservat für Militärurlaube und als wissenschaftlichen Rückzugsort zu buchen. Das ohnehin schon ausgebuchte Reservat kann jedoch nur eine dieser Anfragen berücksichtigen. Ist für mich relativ klar. Wir nehmen hier die plus 1 Wissenschaft und die plus 2 Energie. Weil alle Einheiten plus 5 Heilungen naja. Finde ich da nicht so gut. Nächste Runde. Ah ja genau. Den müssen wir noch bewegen. Aber ich fürchte, dass wir auch hier wieder nicht vorwärts kommen. Es ist eine echt merkwürdige Karte, finde ich. Wir sind hier komplett eingekesselt. Wir können nur über Land auf die andere Ozeanseite. Das habe ich so in der Form auch noch nicht gehabt. Ist mal was anderes. Ja, sie meint, also sie mäkelt gerade an unserer an unserer Ideologie rum. Sie ist selber auf Harmonie sehr stark ausgerichtet. Und das stößt sich dann wohl nicht mit der Reinheit. Das ist aber nicht so schlimm. Ja, die Aliens sind etwas selbstmörderisch drauf. So, wo geht's weiter? Einmal hier entlang. Was war da denn? Was liegt denn da? Ein versunkenes Raumschiff. Mhm. Okay. Da oben kommen wir eh nicht weiter. Da sind schon die Asiaten. Ja, und hier geht's auch nicht wirklich weiter, aber wir machen mal das Nest zumindest platt. Und dann können wir den noch angreifen. Weg ist er. Ja, hätten wir den Zerstörer gar nicht hochziehen müssen. Ich guck nochmal hier in diese Bucht rein. Da wird aber auch nichts mehr sein. Und dann bauen wir eine Eilemure. Bauen wir ein Observatorium für Wissenschaft. Notfallhelfer annulliert mit Vadim Koslow. Das war's mit dem Makara. Hier ist die Koppel gebaut. Und dann werden wir jetzt hier noch einen Solarkollektor bauen, hätte ich bald gesagt. Ähm, einen Generator meine ich. Ach, das können wir aufrüsten und plündern. Und hier ist auch ordentlich Schwebstein, ne? Gar nicht schlecht. Müsste man fast überlegen, wo man hier eine schwimmende Stadt baut, um hier an das Öl und den Schwebstein zu kommen. Würde sich vielleicht lohnen. So, dann Kyle. Auf jeden Fall ist schon mal hier der Malus weg von der Eroberung. Dann werden wir hier jetzt ein Pharma-Labor bauen für mehr Gesundheit. Und um die kümmern wir uns, wenn sie näher kommen. Deep Castle hat noch beide Mali. eine der feinsten Schattierungen bei der Kommunikation ist der Unterschied zwischen das habe ich nicht verstanden und das habe ich verstanden aber es ist mir egal. Ja, wir haben die Kommunikation erforscht. Das ist gut. Den können wir eh nicht angreifen. Ja, mal wieder zurück und dann schauen wir hier noch ein letztes Mal was da noch ist aber das ist eh nur alles Pac-Eis oder Arktis. da wird gar nichts mehr sein für uns aber aufdecken werden wir es trotzdem. Und hier werden wir mal ja, wassern hatte ich jetzt schon gedacht. Ich dachte wir gucken mal hier nach aber da ist gleich schon wieder Ende. Dann können wir den auch gleich wieder an Land holen. und hier bauen wir nee, hier ist fertig gebaut die Fabrikanlage sehr schön das gibt ordentlichen Produktionsbonus hier entfernen wir dann mal das Miasma da ist das Miasma entfernt fertig dann können wir hier eine Farm bauen Genschmelze bauen wir auch nochmal hier äh der Makara hat hier offensichtlich geplündert ja da müssen wir also gleich reparieren und da bauen wir auch hier einen Gengarten und was nehmen wir denn jetzt was nehmen wir denn jetzt was nehmen wir denn jetzt die Protogenetik ne die ist jetzt noch nicht so sinnvoll eigentlich ist die überhaupt nicht sinnvoll Hypercomputer vielleicht Hyperkern Emanzipationstor und aber das ist alles eher so Vorherrschaft dann bauen wir doch den mobilen Levitator das ist nämlich wieder noch eine Einheit die für uns für unsere Affinität ist für die Reinheit ah dann haben wir die auch mal entdeckt das Commonwealth sehr schön die fehlten nämlich nämlich auch noch so das Miasma wollten wir hier entfernen hier ist gar kein Miasma das sah aus wie Miasma von diesem Schimmer hier vom Strand na gut dann bauen wir hier ne stimmt doch gar nicht hier wollten wir den Generator bauen so ok zurück nach Hause ah ja noch mehr Aliens da liegt noch ein gigantisches Raumschiff hier wollen wir das Miasma entfernen ja und hier sind wir dann fertig alle Gelindefelder ausgebaut dann werden wir jetzt ne Straßenverbindung hier her bauen das haben die auch schon mal angefangen wie es aussieht aber nicht zu Ende geführt und hier bauen wir ne Genschmelze die Das war's. Da ist noch viel Platz für Städte. Die nehmen wir natürlich mit. Kultur. Ja, und dann bauen wir mal eine Straße hier hin. Und nächste Runde. Ja, im Moment machen wir nur Infrastruktur, ein bisschen Erkundung und Aufbau. Und dann werden wir, denke ich mal, bald wieder expandieren. Und mindestens ein, zwei Kolonien gründen. Ah ja. Wir haben eine Quest erhalten. Wir müssen nur noch eine Reliquie der alten Erde bauen. Wir haben acht schon fertig. Neun müssen wir. Dann kriegen wir da wieder irgendwas. Das sollte ja zu erreichen sein. Schauen wir gleich in der nächsten Stadt, die entsprechend kommt mal nach, was wir da noch bauen können. Haben wir hier eine Reliquie dabei. Hier ist sie schon gebaut. Was ist das denn überhaupt für eine Stadt? Der ist einfach weggesprungen wieder. Mal eben schauen. Ah, Weisheit. Ja, Weisheit. Da haben wir den Bautrupp gebaut. Dann bauen wir hier nochmal einen Thorium-Reaktor. Und können wir hier eine Reliquie bauen. Leider nein. Dann bauen wir eine Klonfabrik. Und dann werden wir hier nochmal ein bisschen aufdecken. Hier waren wir nämlich schon lange nicht mehr. Mal gucken, was sich so getan hat. Oh ja. Da sind auch noch drei Alien-Nester. So. Einmal für Miasma wollten wir den haben. Ui. Schön. Eine intakte Kristallgarnele. Erwachsen. Eine wichtige Quelle für Proteisen, Eisen, Zink und Magnesium. Mhm. Fragt mich, wo wir den herbekommen haben jetzt. Aber wir haben ihn. Ordentliche Nahrung. Oh, das ist nicht schlecht. Da würden wir die Gezeiten-Navigation bekommen. Marineeinheiten erhalten 100% Verteidigung gegen Fernangriffe. Ich glaube, allzu viele maritime Schlachten werden wir jetzt aber nicht mehr austragen. Wechseln wir das mal aus. Städte können über unwegsames Gelände angreifen. Ist auch nicht schlecht. Äh, das wollte ich machen. Alle Einheiten erhalten 100% Verteidigung zu Wasser. Okay. Ja, dann haben wir alle Kombinationen durch. Wir warten mal noch. Wir werden noch weitere Artefakte finden. Und wir können endlich mal wieder einen Wert entwickeln. Was nehmen wir denn jetzt? Wir können mal wieder auf Wissen gehen. Knotentechnologien kosten 10% weniger Wissenschaft oder minus 40% Kulturmalus durch Stadtanzahl für neue Werte. Das nehmen wir. Mhm. Das nehmen wir. Ja. Vadim Kostlov möchte mit uns handeln. Ähm. Der hat auch die gleiche Affinität. Eigentlich ist der genauso aufgestellt wie wir. Ja. Der ist auch absolut Reinheit. Und trotzdem hat er so eine schlechte Meinung über uns. Aber er hat auf jeden Fall ein bisschen Angst. Aber halt keinen Respekt. Und wer keinen Respekt vor uns hat, der kriegt gar nichts. Tschüss. Tschüss. Das hatten wir schon. Okay. So. Hier trifft der Spruch zu wir sind umzingelt. Wir können in alle Richtungen angreifen. Denn da gibt's reichlich Aliens. So. Was machen wir mit diesem Bautrupp bei Fjarran? Hm. Hm. Wisst ihr was? Ich automatisiere den mal. Ich möchte jetzt eigentlich nicht mehr jeden Bautrupp selber steuern. Den automatisiere ich auch. Das wird nämlich ein bisschen viel Mikro-Management sonst. Aber guck mal unsere Gesundheit. Das ist schon erheblich besser geworden wieder. Jetzt sind schon wieder die Beziehungen in Gefahr. Der soll sich mal nicht anstellen. offensichtlich müssen wir einfach nur mehr Respekt oder Angst einflößen. Wir könnten natürlich ein mächtiges Mächtiges Militär nochmal aufstellen. Das ist ja eh so unser Ziel. Okay. Diese Einheit ziehe ich jetzt aufs Meer hinaus. Und in der Hoffnung da noch was Neues zu finden. Da hat sich nicht viel getan bisher. Okay. Und dann schaue ich gerade auf die Uhr. Wir sind schon wieder am Ende angekommen. Nächste Runde. Also in der nächsten Folge. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Mal schauen, ob ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.